Die neue Codier-Unterstützung ist seitens der KBV Pflicht ab dem 01.07.2022. Die Auslieferung erfolgt mit der CGM Turbomed Version 22.3.1. Die Codier-Unterstützung ist automatisch aktiviert ab dem 01.07.2022 im CGM Turbomed. Es besteht die Möglichkeit der manuellen Aktivierung vor dem 01.07.2022. Nach einmaliger Aktivierung ist jedoch keine Deaktivierung mehr ohne Sicherheitskennwort möglich. Die Arten der Codierregeln belaufen sich auf behandlungsfallbezogene Codierregeln oder quartalsübergreifende Codierregeln. Die Regelanwendung umfasst fakultative Regeln. Diese können bei Bedarf deaktiviert werden und Obligatregeln. Diese sind fest definiert und können nicht deaktiviert werden. Schauen wir uns nun das Ganze im Praxisalltag an. Sobald die neuen Codierregeln aktiv sind, erfolgt beim ersten Aufruf der F11 zur Eingabe eine Diagnose für einen Patienten der Dialog zur Kategorisierung der bisherigen Dauerdiagnosen. Hier muss nun einmalig eine Auswahl getroffen werden, um welche Art von Diagnosen es sich handelt. Zur besseren Darstellung habe ich euch auch die Ansicht in der Diagnose beigefügt. Es wird unterschieden in Dauerdiagnosen, welche in allen Fällen abrechnungsrelevant sind, anamnestische Diagnose, welche für den aktuellen Behandlungsfall abgerechnet werden soll und anamnestisch. Diese Diagnose ist nicht abrechnungsrelevant. Dies sehen wir daran, dass bei der Spalte Abrechnung kein Haken bei der anamnestischen Diagnose hinterlegt ist. Ob eine Diagnose mit in die Abrechnung kommt, seht ihr in der ersten Spalte. Ist der Haken gesetzt, kommt diese mit in die Abrechnung. Habt ihr nun alle Diagnosen überprüft, könnt ihr den Dialog mit OK verlassen und es erscheint keine Abfrage mehr beim erneuten Aufruf. Über die F11 habt ihr aber auch die Möglichkeit, im Anschluss noch die Diagnosen jederzeit neu zu kategorisieren. Wenn ihr den Dialog aktuell nicht bearbeiten möchtet, habt ihr die Möglichkeit, den Dialog via Abbrechen zu verlassen. Es erfolgt dann aber bei jedem Aufruf der Diagnosen via F11 oder beim Erfassen einer Diagnose in der Karteikarte erneut dieser Dialog. Hier könnt ihr dann die Diagnosen kategorisieren und eine Abrechungsrelevanz bestimmen. Sobald ihr den Dialog mit OK verlasst, erscheint er im aktuellen Quartal nicht mehr. Erst im nachfolgenden Quartal erfolgt die Anzeige erneut und ihr müsst nochmals die Abrechnungsrelevanz der Diagnosen bestätigen. Wird bei der Eingabe einer Diagnose ein Regelverstoß festgestellt, so erscheint je nach Einstellung der jeweiligen Kodierregel eine entsprechende Hinweis- oder Fehlermeldung. Hier haben wir die Möglichkeit, uns direkt die passende Korrekturmöglichkeit anzeigen zu lassen, problemauslösende Diagnosen durch andere Diagnosen zu ersetzen, eine fehlende Diagnose zu ergänzen oder eine Diagnose zu löschen. Die Kodierregeln könnt ihr wie folgt in CGM Turbomed aufrufen. Über Organisation, eigene Listen habt ihr die Möglichkeit, die behandlungsfallbezogenen oder die quartalsbezogenen Kodierregeln zu öffnen. Über das alte Hauptmenü erfolgt der Aufruf über eigene Listen, Diagnosen und hier haben wir auch die Kodierregeln. Wie bereits am Anfang erwähnt, gibt es hier fakultative Regeln, welche deaktiviert werden können und obligate Regeln, welche Pflicht sind und es nicht die Möglichkeit gibt, diese zu deaktivieren. Wir sehen in der Übersicht auch die Spalte des Prüfzeitpunktes. Standardmäßig werden diese Kodierrichtlinien mit dem Prüfzeitpunkt bei Kodierung ausgeliefert. Möchten wir eine Regel bearbeiten, so haben wir die Möglichkeit, auf der passenden Regel stehend F7 zu drücken oder alternativ über das Zahnrad unten in der Leiste. Im Bereich der Bearbeitung haben wir folgende Optionen. Einer fakultativen Regel können wir diese auf aktiv oder inaktiv setzen und wir können den Zeitpunkt der Prüfung bestimmen. Soll die Prüfung beim Erfassen einer Diagnose, sprich dem Kodieren erfolgen, nur zur Abrechnung oder in beiden Fällen. Über den Button Extra Infos kann ich mir noch Prüfparameter und Hinweise anzeigen lassen. Ebenfalls sehe ich im unteren Bereich einen Vorschlag zur Korrektur, sofern ich falsch kodiert habe. Habe ich Änderungen vorgenommen und möchte diese übernehmen, klicke ich OK und es erfolgt ein Hinweis, ob ich die Änderungen übernehmen möchte. Dies bestätigen wir ebenfalls mit Ja. Der Aufbau der quartalsübergreifenden Kodierrichtlinien ist gleich der behandlungsfallbezogenen. Mit dem Unterschied, dass hier noch die Anzahl der Quartale gefüllt ist und der Prüfzeitpunkt standardmäßig auf manuell sitzt. Da es sich bei den quartalsübergreifenden Regeln um fakultative Regeln handelt, habe ich hier die Möglichkeit, diese auf aktiv oder inaktiv zu setzen. Ebenfalls besteht auch die Möglichkeit, den Prüfzeitpunkt zu bestimmen, ob zur Abrechnung oder manuell. Über Extra Infos kann ich mir auch hier weitere Informationen zur Regel anzeigen lassen. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Kodierunterstützung manuell vor dem 1.7. zu aktivieren. Dazu geht ihr auf das Hauptmenü, auf Wartung, Praxisdaten und links habt ihr nun die Kodierunterstützung. Im oberen Teil findet ihr nun die Änderungen, welche zum 1.7. aktiv werden. Unter dem Punkt Startquartal könnt ihr die Kodierung bereits vorher aktivieren. Für eine Aktivierung rückwirkend ab dem 1.4. wählt bitte das Quartal 2 aus. Das dritte Quartal schaltet sich ab dem 1.7. automatisch aktiv. Die Einstellungen werden mit Übernehmen gespeichert.